Herzlich Willkommen bei SOFO, dem Podcast für Frauen, die aus ihrer Einzigartigkeit mit Herz und Seele ein sinnerfülltes Leben und vielleicht auch Business kreieren möchten. Mein Name ist Nina Pettenberg, so schön, dass Du da bist. Heute mit einem ganz besonderen Check-in, einem Date mit Dir selbst. Heute Morgen bin ich aufgewacht und hatte irgendwie gefühlt tausend Gedanken, die in meinem Kopf herumschwirrten und bin gerade so im Übergang zwischen unserer Auszeit, die wir ja hatten, wieder in das Arbeitsleben, so in den Alltag, die Kinder bereiten sich langsam wieder auf die Schule vor, die nächste Woche startet, beziehungsweise jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist hier gestartet, ein paar Tage schon und ja, bin gerade noch so in diesem Übergang und da spüre ich, und das kennst Du vielleicht auch, wir wollen ja auf diesen Moment aufrechterhalten, wir waren im Urlaub, wir hatten eine Auszeit, wir sind so genährt, unsere Körper fühlen sich besser und richtig gut an, so geht es mir gerade und ich möchte diesen entspannten Zustand, dieses zentriert sein, einfach, ja, so mit in den Alltag nehmen und da ertappe ich mich dann schon, das so alte Fahrwasser und das also sofort wieder so ein Moment kommt, ich muss das noch machen und das möchte ich machen und eigentlich müsste das schon fertig sein und da wartet noch jemand auf Antwort und da hilft mir einfach, mich einzusammeln, ja, mich zurückzuholen zu mir und in meinen Ausbildungen und Kursen nenne ich diesen Moment Check-in mit uns selbst und es klingt jetzt so, ja, was soll das jetzt bringen hier, kurzer Check-in mit mir selbst und ja, ich würde dich einladen heute, dass du es einmal selbst spürst, wie es sich anfühlt jetzt in dir und nach unserem Check-in. Check-in klingt etwas technisch, darum könntest du auch sagen, wirklich ein kurzes Date mit dir selbst, dich wieder einzusammeln, dich auszurichten und gerade in herausfordernden Zeiten, in verrückten, unsicheren Zeiten und ich finde, das ist im Moment, leider hat es mit Corona nicht aufgehört, sondern es ist durch die kriegerische Auseinandersetzung, die wirtschaftliche Entwicklung im Moment, die Energieknappheit und die daraus resultierende Abhängigkeit und die Kosten, die steigen, das bewegt uns einfach, auch wenn wir es vielleicht wegstellen, wegdrängen und denken, das wird schon irgendwie, trotzdem bewegt es uns, weil es einfach unsicher, es ist unsicher, was kommt, wie wird sich es entwickeln, was wird die Wirtschaft, wie wird sich die daraus, was wird daraus entstehen und umso wichtiger ist es in diesen unsicheren, verrückten, oft nicht erklärlichen Zeiten, dass wir in uns zu Hause sind, dass du in dir zu Hause bist und die Fähigkeit besitzt, dich einzusammeln, deine Energie zu dir zurückzuholen, Energie, die nicht zu dir gehört, abzugeben und da hilft eben dieser Check-in, den ich jetzt gleich mit dir teile, der ist ganz simpel und kann in jedem Moment gemacht werden, innerlich oder auch schriftlich, das kannst du jetzt überlegen, ob du Lust hast, schriftlich in den Check-in zu gehen oder einfach mir lauscht und spürst, wie dich dieses Date mit dir selbst zu dir zurückholt und das ist nicht nur jetzt auch für den privaten Alltag gedacht und dein Wohlbefinden, sondern auch total wichtig für deinen Job für, wenn du selbstständig bist und gerade in Bezug auf Businessaufbau, Selbstständigkeit gibt es am 16. September in meiner Facebook-Gruppe einen kostenlosen Workshop, wo wir die Sofo Business Map, deine Sofo Business Map entwerfen. Du zeichnest die selbst oder scribbelst sie selbst und das ist auch wie ein großer Check-in für dein Business und das ist einfach ein super Fundament und eine super Basis, von der du dann wirken kannst. Was ist dann wirklich wesentlich jetzt vielleicht auch für den Herbst, der vor dir liegt und das ist eine herzliche Einladung nochmal an dich, dabei zu sein, entweder live oder wenn du die Podcast-Folge etwas verspätet hörst, gibt es eine Aufzeichnung. Genau, wenn du in meinen Newsletter eingetragen bist, bekommst du die Aufzeichnung sehr gerne. Denn im Oktober starten wir in die Sofo Business Journey und die finde ich dieses Jahr mega spannend, weil sich wirtschaftlich so viel tut und wir mal gucken, welche Prinzipien jetzt dann wichtig sind, damit unsere Businesses oder zukünftigen Selbstständigkeiten wirklich gut genährt sind, gut getragen sind und ja, florieren. Genau, heute Morgen, es hat seit langer Zeit mal wieder richtig schön geregnet, so schön, einfach die Regentropfen auf unserem Wintergarten zu hören, ich habe es gerade auch gepostet in Instagram, es hat sowas, Kerze an, die Erlaubnis, ich darf jetzt einfach hier bei mir sein und dann dachte ich, das ist der perfekte Moment, bevor ich den Podcast aufnehme, in einen Check-in mit mir selbst zu gehen. Die Türe zum Alltag nochmal schließen, mein Mann ist auf einem Seminar im Moment, der Große hat bei einem Freund geschlafen, der Kleine hat noch geschlafen, also perfekter Moment, einen Moment mit mir selbst zu kreieren und innezuhalten. Und dann saß ich da mit Otto auf unserer Couch, habe so rausgeblickt in den Garten, in die Regen, der Regen, der gefallen ist oder der fällt im Moment noch, es tropft hier auch immer wieder ans Fenster und dann atme ich immer erstmal ein paar Mal tief durch. Wie gesagt, schließe symbolisch die Tür zum Alltag, habe eine Kerze entfacht und lade erstmal all die Energie ein, die zu mir gehört, zu mir zurückzukehren. Ich mache das einfach mit einem offenen Herzen. Muss keine super Meditation sein. Es geht wirklich um eine innere Haltung, dich zu öffnen für deine Energie, dass sie zurückkommt, einfach indem du dich dafür entscheidest, dass all deine Energie zu dir zurückfließt und mit jedem Ausatmen all die Energie, die nicht zu dir gehört, zu ihrem Ursprung zurückkehrt. Und das kannst du ein paar Atemzüge lang machen, solange bis du das Gefühl hast, ich bin jetzt hier in diesem Moment ganz bei mir. Atme ein und aus, nimm deine Energie zurück zu dir, werde wie so zu einem Magneten für dich selbst und mit dem Ausatmen lass all die verbrauchte Energie los, die gerade nicht zu dir gehört, die alt ist, die zu anderen Menschen gehört, zu anderen Situationen, Zeiten und du musst gar nicht genau wissen, was es ist. Vertraue einfach, dass es sich jetzt ganz natürlich in dem Flow deines Atems einfach funktioniert. Und dann, wie wenn du mit einer lieben Freundin zusammensitzt, ohne Bewertung, alles darf jetzt sein, frag dich selbst, wie geht's mir, wie geht's dir, wie geht's dir wirklich? Und geh für einen Moment hierhin, wie geht's mir? Spüre, nimm wahr. Und vielleicht spürst du es jetzt schon. Es gibt verschiedene Ebenen, die diese Frage berührt. Einmal natürlich unseren Verstand mental, dass wir drüber nachdenken, wie geht's mir, was ist los, was kreist so in meinen Gedanken her, auf was konzentriere ich mich oder was verwirrt mich auch. Dann natürlich die körperliche Ebene. Wie bin ich gerade hier? Wie sitze ich oder liege ich oder stehe ich gerade, während du mir jetzt hier zuhörst, wie geht's dir körperlich? Und dann natürlich die dritte Ebene seelisch, auf der Seelenebene. Was ist da los, wie geht's mir? Und lass uns einmal jeden Aspekt beleuchten. Du kannst ja jeden Moment auch den Podcast anhalten oder auch später nochmal in die Ebenen eintauchen. Jede Ebene braucht manchmal unterschiedlich lang Zeit. Wenn wir so ein Check-in machen, manchmal ist man, denke ich mir, körperlich auch super, alles gut, passt mental auch, seelisch. Oh, was ist hier los? Lass uns einmal kurz einen Zugang zu diesen verschiedenen Ebenen finden. Vielleicht bist du schon ganz vertraut damit. Vielleicht ist der eine oder andere Ebene noch so, wie kann ich da Verbindung aufnehmen? Wichtig ist, indem du dein Herz öffnest und dich selbst fragst, wie geht's dir, erlaubt dir alles willkommen zu heißen. Es ist alles in Ordnung. Und manchmal haben wir einen super Zugang zu unserer seelischen Ebene. Manchmal ist es auch ein bisschen diffus. Erlaubt dir es einfach. Es geht um ein Check-in. Hallo, wie geht's mir? Ein Date mit dir selbst. Ein liebevolles dir Raum schenken. Und vielleicht beginnst du auch mit dem, mit der Ebene, mit der du am einfachsten gerade in Verbindung stehst. Und bei mir war es heute Morgen mein Körper. Und da spüre ich einfach, mein Körper ist noch so in der Entspannung des Urlaubs. Ich fühle mich wohl. Meine Haut ist so ganz gesund, leicht gebräunt. Und ich habe so das Gefühl, durch das viele Meerwasser und die Luft, die wir geatmet haben und die Wanderungen und das Aktivsein draußen, fühle ich mich einfach pudelwohl. Und gleichzeitig, wenn ich das wahrnehme auf Körperebene, spüre ich auch durch die vielen To-dos, die jetzt anstehen, dass so eine leichte Verspannung sich bemerkbar macht. Und da war einfach, ups, jetzt muss ich gerade meinen Computer nochmal, der hat sich jetzt aufgehängt, da muss ich einfach achtsam sein mit mir, dass diese Verspannung nicht wieder zu einem chronischen Zustand wird. Ich habe immer mal wieder, du hast es vielleicht immer mal gehört, bei mir ist es so der Nacken, der sich dann, der sich bemerkbar macht und einfach auch laut schreit, hallo, könntest du bitte in die Entspannung gehen? Und es ist utopisch, mir vorzustellen, dass das immer funktioniert. Ich denke, es ist ganz menschlich, dass wir manchmal auch gerade aus Freude auch oft so aufgeregt sind und wenn ich dann in meinen Kursen bin, dann ist es eben so, dass ich manchmal ein bisschen verspannt bin, dann weiß ich auch, dass ich lange Wanne oder viele Spaziergänge das wieder in Ordnung bringen. Nur jetzt habe ich so das Gefühl auf einer Ebene, oh, mein Körper sehnt sich so noch nach diesem Gefühl, was ich im Urlaub verspürt habe. Und jetzt, wenn du deinen Körper wahrnimmst und nochmal, es kann bei dir sein, dass dein Körper gerade schreit, oh, ich brauche Auszeit, ich, alles tut mir weh oder ich nehme gerade gar nichts wahr. Es ist alles irgendwie leer. Lass es das sein, was es ist. Und dann kannst du, und guck mal, wie es sich anfühlt für dich. Ich frage dann meistens, um das abzurunden, einmal nehme ja ich wahr, wie geht es meinem Körper in dem Check-in, ohne zu bewerten. Und dann lausche ich der Weisheit meines Körpers. Als wenn ich, so wie die Frage auch an meinen Körper richte, wie geht es dir? Und da kommt immer sofort eine ganz simple Antwort, bleib in der Entspannung, kam heute. Bleib in der Entspannung, ganz simpel. Und das nehme ich wahr, manchmal notiere ich es, manchmal nehme ich es einfach in mein Herz, atme tief durch und gehe zur nächsten Ebene in meinem Check-in. Und das war heute Morgen mental. Mein Verstand, meine Gedanken. Und das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, heute Morgen bin ich mit vielen Gedanken aufgewacht. Und ja, habe das Gefühl, meine Gedanken drehen sich manchmal im Moment im Kreis und manchmal ist es auch ein bisschen vernebelt, eben aufgrund der Unsicherheit, was wird im Außen passieren, wie entwickeln sich die Finanzmärkte, wie wird sich die Wirtschaft entwickeln, die Inflation, was bedeutet es für uns alle, was bedeutet es auch für mein Business. Also so viele Veränderungen. Und indem ich in dem Check-in das wahrnehme, dass diese Gedanken und was mein Verstand so bewegt, eigentlich alle ganz gute Gedanken sind, nur vielleicht halt nicht in dieser Dauerschleife, dann nehme ich das einfach wahr und wertschätze das und lausche dann aber auch wieder der Weisheit meines Verstandes und sage, okay, jetzt habe ich dir mein Gefühl dazu mitgeteilt. Was hat denn mein Verstand im Moment für eine Botschaft an mich? Und da kam heute Morgen was ganz Spannendes. Sortiere all das, was durch dich fließt, quasi die Gedanken auch mal in, was steht in deiner Macht und was steht nicht in deiner Macht. Und stelle das, was nicht in deiner Macht steht, es zu verändern, ein bisschen weiter weg von dir. Fand ich ganz spannend. Also lass dich überraschen, wenn du diese Muskel trainierst, dieses Check-in und dann auch den Ebenen der Weisheit zu lauschen, was da so kommt. Und lass dich überraschen, wenn du das öfter machst, dann kommen da wirklich interessante Aspekte. Aber auch wenn es ganz simpel ist, dann darf es auch ganz simpel sein. Und jetzt kommen wir zu einer Ebene, das weiß ich auch aus meiner Ausbildung mit den Frauen, dass die manchmal schwieriger ist, einen Zugang zu finden, die seelische Ebene. Denn da haben wir alle, jeder hat eine andere Seelensprache. Und da kannst du als erstes mal einfach deine Seele einladen, sich zu zeigen. Und dich einfach mit diesem Bewusstsein, liebe Seele, zeig dich, mach dich fühlbar. Ich nehme es meistens wie eine Schwingung wahr, eine Frequenz. Und ich, vielleicht kennst du meine Herzland-Meditation. Das ist so für mich eine Meditation, wo ich meine, so die Seelenenergie am meisten spüre. Wir verlinken die unten auch nochmal, die Herzland-Meditation. Wenn du da eintauchen möchtest, das ist so die Frequenz, wo ich spüre, okay, meine Seele möchte Weite, liebevolle Weite und Luft zum Atmen. Dann habe ich so das Gefühl, boah, ich kann sie wirklich spüren. Das Gegenteil meiner Seelenfrequenz ist Enge und Druck. Und es ist für mich diese Seelensprache über Gefühl. Also spüre mal, was es bei dir ist. Vielleicht sagst du auch, ja, das ist so mein Higher Self oder mein Real Self. Ja, und da spüre einfach ganz intuitiv, wie geht es mir seelisch. Und erlaub dir auch hier mit dem zu gehen, was sich zeigt. Durchdenke es nicht. Nimm die Ebene, die sich zeigt. Das ist genau das, was jetzt wichtig ist. Und auf dieser Ebene war bei mir gerade heute Morgen alles super. Da habe ich einfach gespürt, es ist alles gut. Ich habe das Gefühl, meine Seele hat Raum zum Atmen. Ich freue mich auf die Dinge, die im Herbst kommen. Und das ist ganz schön. Denn du hast jetzt gespürt, weil du ja jetzt anhand meines Beispieles mal mit durch die Ebenen bist, dass eigentlich so die Basis der Körper, die Seele eigentlich sich wohlfühlen im Moment, mental viel hereinbricht. Und dass eigentlich vieles gar nicht mit mir zu tun hat auf der mentalen Ebene. Und das ist ganz spannend. Denn wenn wir diesen Check-In dann beenden, dann bleibt ein Gefühl jetzt in mir heute Morgen, okay, alles ist gut. Ich darf mich in mir zu Hause fühlen. Und eben das Bestmögliche jeden Tag Schritt für Schritt tun. Und das Außen wahrnehmen und selbst entscheiden, was ich damit mache, energetisch. Genau, das ist der Check-In. Das ist dein Startpunkt, deine Basis für den heutigen Tag oder für die Woche. Guck mal, ganz intuitiv, für was der Check-In steht. Es ist ein kurzer Check-In für den Tag, für die Woche, vielleicht auch größerer Check-In. Für das nächste Monat oder die Jahreszeit, die vor dir liegt. Denn wir können mit, auf diese Art und Weise ganz viel betrachten. Wie gesagt, unser Business, verschiedene Lebensaspekte, können wir immer die drei Ebenen auch wahrnehmen und beleuchten. Gut, mal durchatmen. Und du kannst dich natürlich, wenn du das Gefühl hast, an einer Ebene geht es dir gar nicht gut, dann kannst du dich immer fragen, was brauche ich? Was würde dir jetzt gut tun? Was könnte ein kleiner Schritt sein? Eine, vielleicht eine neue Vereinbarung mit mir selbst. Was würde mir körperlich gut tun, mental, seelisch, wenn du spürst, boah, eine Ebene, die ist gerade so aus der Balance. Dann ist es super, weil du dann einfach, ja, gestalten kannst. Und jetzt einfach als Wrap-Up guckst, bei welcher Erkenntnis gewinne ich jetzt aus diesem Check-In mit mir selbst. Manche Check-Ins sind bei mir wirklich drei Minuten lang. Wenn ich mich eintune auf den Tag und einfach nochmal mich abhole, mich mitnehme in den Tag. Nicht schon völlig verwirrt. Meine Energie noch halb bei den Kindern, halb irgendwie bei der Weltwirtschaft. Oder wenn ich einen Artikel in der Zeitung gelesen habe. Da sind unsere Energien gepackt. Oder Gespräch mit einer Freundin, das vielleicht herausfordernd war. All das wie so Päckchen von Energie, die dort gepackt sind. Und dann kommen wir an unseren Work-Ort, ob jetzt in einem Angestelltenverhältnis oder an unseren Schreibtisch, wenn wir selbstständig sind oder in einem Seminar. Und sind eigentlich noch so völlig, ich stelle mir das dann bildlich vor, wieso die Energie fließt noch überall, nur nicht richtig in uns. Und diese Check-Ins, wo wir uns einladen, wieder in uns zu landen und einfach uns ernst nehmen, uns wichtig nehmen. Es ist ein Akt der Selbstliebe für mich, zu fragen, wie es mir geht. Es zu spüren, es zu fühlen auf allen Ebenen. Genau. Super. Okay, meine Liebe. Ich hoffe, du kannst den Check-In gut für dich nutzen. Und wenn du Lust hast und auch im Business einmal gucken möchtest, wir machen die Sofo Business Map. Ist ein bisschen was anderes noch, ein kreativer Prozess, aber von der Energie ähnlich, dass wir uns abholen, wo wir beruflich stehen, wo es hingeht. Auch wenn du sagst, ich weiß gerade gar nicht, wie es jetzt weitergeht, dann könnte das perfekt für dich sein. Oder du hast Träume und Ziele und möchtest es nochmal im Einklang mit deinem Seelenweg spüren, was jetzt ansteht, dann lade ich dich herzlich ein in der Facebook-Gruppe. Die verlinken wir. Und da ist dann auch die Aufzeichnung. Und wenn du kein Facebook hast, dann kannst du dich in meinen Newsletter eintragen. Dann teile ich es dort. Und dann erhaltet ihr auch einen Link zu der Aufzeichnung. Ich freue mich sehr. Wir machen das ja einmal im Jahr. Letztes Jahr haben wir es auch gemacht. Ich habe mega nettes Feedback bekommen. was allein passiert, indem wir diese Map kreieren. Gut, in diesem Sinne schicke ich dir ganz, ganz inspirierte Grüße von meinem erfüllten Herzen zu deinem. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020